Welchen Bereich decken Sie in der Lehre mit Ihrem Lehrstuhl Bildungsmanagement ab? Und gibt es hier Unterschiede in den Studiengängen? Die Bereiche, die durch den Lehrstuhl Bildungsmanagement abgedeckt werden, richten sich auf alle Studiengänge gleichermaßen. Sie umgreifen Personalmanagement, Organisationsentwicklung, unterschiedliche Bezüge zur Wissenschaftstheorie und die Wirtschaftspsychologie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017